Hallo und herzlich willkommen. In dieser zweiteiligen Lehrfilmreihe zeigen wir euch Besonderheiten, die ihr bei der Konstruktion mit Faserverbundwerkstoffen beachten müsst. Sicherlich hast du dir das erste Video schon angeschaut, in welchem wir dir grundlegende Gestaltungsrichtlinien im Umgang mit Faserverbundwerkstoffen vorgestellt haben. In diesem zweiten Video gehen wir auf das spezielle Gestalten von Negativformen für das Handlaminierverfahren ein. Dabei werden die speziellen Werkstoffeigenschaften von Faserverbundwerkstoffen ausgenutzt. Eines der einfachsten und ältesten Verfahren zur Herstellung von GFK- oder CFK-Bauteilen ist das Handlaminieren. Hier werden nacheinander zugeschnittene Textilmatten schichtweise aufgetragen und mit dem Laminierharz, der Matrix, verbunden. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt in der offenen Bauteilgestaltung. Die Negativformen besitzen zumeist Freiformflächen. Schauen wir uns nun an, worauf ihr im Umgang mit Negativformen achten müsst. Hinterschneidungen. Grundsätzlich sollten Hinterschneidungen in der Bauteilgeometrie vermieden werden. Hinterschneidungen sind Geometrien an einem Bauteil, die das Entfernen aus einer Negativform verhindern. Gerade bei tiefen Hinterschneidungen und besonders dickwandigen Bauteilen ist die Biegeverformung nicht mehr ausreichend, um das GFK-Bauteil aus der Form zu schälen. Wenn es allerdings aufgrund der Anwendung nicht möglich ist, Hinterschneidungen zu vermeiden, so muss die Negativform teilbar gestaltet werden. Um eine möglichst hohe Anzahl an Abformungen und eine sehr genaue Bauteilgeometrie zu erzeugen, sind Formen aus Stahl oder Aluminium empfehlenswert. Allerdings sind diese Formen sehr kostenintensiv und lohnen sich dementsprechend weniger für Einzelteile. Andere Materialien sind zum Beispiel Holz oder Harze. Bei der Verwendung von teilbaren Formen aus Stahl oder Aluminium kann neben einer Verschraubung auch eine Verstiftung verwendet werden. Damit kann eine Verschiebung der aufliegenden Flächen der einzelnen Formteile vermieden werden. Entformungsschrägen Um besonders starre und dickwandige Bauteile aus nicht geteilten Formen entnehmen zu können, sollten unbedingt Entformungsschrägen vorgesehen werden. Notwendig ist das, weil es während des Aushärtens von GFK zu einer Ausdehnung kommt. Dadurch entstehen Druckkräfte, welche das Bauteil an der Formwand haften lassen. Die Freiwinkel der Formschrägen liegen bei kleinen bis mittelgroßen Bauteilen üblicherweise zwischen 2 Grad und 6 Grad. Endkonturnahe Fertigung. Neben dem Anbringen von Entformungsschrägen sollten Negativformen so gestaltet sein, dass möglichst endkonturnahe Bauteile entnommen werden können. Dies hat den Vorteil, dass keine teure Nacharbeit erforderlich ist. Nachdem wir uns die Besonderheiten im Umgang mit Negativformen angeschaut haben, gehen wir nun auf die Ausnutzung der speziellen Eigenschaften von Faserverbundwerkstoffen ein. Eine spezielle Eigenschaft von Faserverbundwerkstoffen ist die Faser selbst. Der Faserdurchmesser hat nämlich einen großen Einfluss auf die Festigkeit des Werkstoffs. Anders als man vermuten mag, reduziert sich mit steigendem Faserdurchmesser die Festigkeit des Werkstoffs. Zusammengefasst, wird dieser Widerspruch mit dem Wort Faserparadoxon. Dies ist nicht nur bei Fasermaterialien so, sondern tritt in Bezug auf die Betriebs- und Schwingfestigkeit bei allen Werkstoffen auf. Mit größer werdendem Materialdurchmesser steigt nämlich die statistische Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Defekten im Material. Also gilt es immer, den Durchmesser und somit die Anzahl der Werkstoffschädigungen so gering wie möglich zu halten. Für die Konstruktion mit Faserverbundwerkstoffen empfiehlt es sich also, Verbundwerkstoffe mit dünnen, aber dafür vielen parallel angeordneten Fasern zu verwenden, anstatt wenige, dicke Fasern. Schichtweiser Aufbau Weil die Fasern aufgrund des beschriebenen Größeneinflusses möglichst dünn sein sollen, wird nicht nur eine Schicht, sondern ein Mehrschichtverbund genutzt. Somit kann man ähnliche Festigkeiten wie bei einem Vollmaterial erzielen. Ein Mehrschichtverbund ist ein Aufbau aus mehreren übereinander befindlichen Einzelschichten. Faserverbundwerkstoffe, deren Kraftaufnahme lediglich in einer Richtung liegen soll, werden häufig als unidirektionale, also in eine Richtung verlaufende Schichten hergestellt. Diese erfordert, dass die Fasern parallel, neben und oder übereinander angeordnet werden. Wirken die aufgebrachten Kräfte nicht nur in eine Richtung, sondern auch in mehreren Richtungen, kann ein Mehrschichtverbund auch multidirektional aufgebaut sein. Nutzung von Eigenspannungen Das gezielte Einbringen von Druckeigenspannungen in den Fasermatrixverbund kann angewendet werden, um die Schwingfestigkeit von faserverstärkten Werkstoffen zu erhöhen und somit das Ermüdungsverhalten zu verbessern. Das Einbringen von Eigenspannungen kann durch verschiedene Verfahren geschehen. Zum einen können in den Fasern Druckeigenspannungen erzeugt werden, indem die Faseroberfläche bei der Fertigung mittels der Schmelzspinnmethode schneller abkühlt als der Kern der Faser. Zum anderen ist es möglich, durch mechanische und thermische Verfahren Eigenspannungen in den Faserverbundwerkstoff einzubringen. Jedoch sind die Verfahren noch nicht im Stadium der Serienreife angekommen. Eine beliebte Anwendung sind Druckbehälter, z.B. Tauchflaschen oder Paintball-Druckflaschen. Diese Druckbehälter bieten den Nutzern aufgrund des geringeren Gewichts einen wesentlich höheren Tragekomfort. Das Einbringen von Eigenspannungen bringt jedoch Mehrkosten mit sich. Deshalb sollte bei jeder Konstruktion geprüft werden, ob diese höheren Kosten gerechtfertigt sind oder ob das Vergrößern der Wandstärke und das damit einhergehende Mehrgewicht nicht wirtschaftlich sinnvoller wären. Zusammenfassung Fassen wir nun noch einmal die wichtigsten Punkte von Negativformen zusammen, wobei die speziellen Eigenschaften von Faserverbundwerkstoffen ausgenutzt werden. Beim Konstruieren von Negativformen für das Handlaminieren solltest du darauf achten, Hinterschneidungen zu vermeiden. Ist das nicht möglich, so muss die Negativform teilbar gestaltet werden. Verwende, wenn möglich, neben einer Verschraubung der Form auch eine Verstiftung. Somit kann eine Verschiebung der aufliegenden Flächen der einzelnen Formelemente vermieden werden. Verwende Entformungsschrägen, um besonders starre und dickwandige Bauteile aus Formen entnehmen zu können. Verwende für die Konstruktion mit Faserverbundwerkstoffen lieber viele dünne als wenig dicke Fasern. Das senkt die statistische Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Defekten in den Fasern, womit die Festigkeit steigt. Neben den in eine Richtung gerichteten unidirektionalen Schichten gibt es auch multidirektionale Schichten. Diese sind für Anwendungen geeignet, bei denen die Kräfte nicht nur aus einer Richtung auftreten. Falls die Schwing- und Ermüdungsfestigkeit verbessert werden soll, können Druckeigenspannungen in das faserverstärkte Bauteil eingebracht werden. Allerdings solltest du vorher prüfen, ob das Vergrößern der Wandstärke und das damit einhergehende Mehrgewicht nicht wirtschaftlich sinnvoller wären.